Hallo und herzlich willkommen auf meiner Patreon Seite. Mein Name ist Benjamin Spang, ich bin ein verlagsunabhängiger Autor aus dem Saarland und schreibe düstere Fantasy- und Horrorgeschichten. Bisher habe ich zahlreiche Kurzgeschichten veröffentlicht und 2016 dann meinen Debütroman Blut gegen Blut. Und auch der 500 Seiten starke Nachfolger Blut gegen Blut 2 ist fertiggestellt und steht kurz vor seiner Veröffentlichung. In der Vergangenheit war ich schon des Öfteren in der Zeitung oder diversen Magazinen zu sehen und es wurde sogar ein 5-minütiger Fernsehbericht über mich und meine Arbeit gedreht. Wenn ich nicht gerade schreibe, bin ich auf Messen und sonstigen Literaturveranstaltungen unterwegs, wo ich meine Bücher verkaufe oder auch mal gerne Vorträge halte und mein Wissen weitergebe. Sofern mich mein Netbook lässt. Ja, das war richtig geil. Nicht. Daneben gucke ich sehr gerne Filme, lese sehr gerne und bin ein leidenschaftlicher Dönerkonnisseur. Ich habe sogar ein Dönerkissen. Und ein Plüschdöner. Und ein Playmobil-Dönermann. Ja, und jetzt bin ich hier auf Patreon und freue mich, dir ein paar tolle Angebote machen zu können. Du siehst hier auf der Patreon-Seite einige Pakete, die du auswählen kannst, nach verschiedenen Preisen gestaffelt. Und je nachdem, welches dieser Pakete du auswählst, bekommst du die dort genannten Inhalte Monat für Monat exklusiv von mir geliefert. Das kann eine Kurzgeschichte sein für deinen E-Reader, entfallene Kapitel aus meinen Romanen, eine Bonusfolge meines Podcasts und so weiter. Fakt ist, diese Inhalte wird es nur exklusiv hier auf dieser Seite geben. Und im Gegenzug ist es mir dann mit deinem Geld möglich, einen Teil meines kreativen Schaffens zu finanzieren. Und vielleicht schaffe ich es ja, mit deiner Hilfe eines Tages vom Schreiben leben zu können. Der Betrag, den du gewählt hast, wird dir monatlich von deinem Konto abgebucht und du kannst dieses Abonnement auch jederzeit kündigen. Bitte nicht. Ja, ich hoffe, du hast Bock auf meine Arbeit, hast Bock auf eines der Pakete. Schau dir die alle einfach mal in Ruhe an und wähle dann aus, was dich persönlich am meisten interessiert. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal im Voraus recht herzlich für deine Unterstützung. Tschüss. Hättest du was Ordentliches gelernt, müsstest du jetzt nicht die Leute auf Patreon um Geld anbetteln. Peinlich. Alexa, schalte deine Höflichkeit auf maximale Stufe. Fresse. Du hast mir gar nichts zu sagen. Du ungefickter Sido für Arme. Du hast mir gar nichts zu sagen.